ich mache jetzt einfach mal dieses video als kleines intro zu einer neuen serie oder playlist die ich mache mit meinem bekannten dem tomo kennen einige vielleicht von kbl1 die super heimwerker tomo der super heimwerker und diese playlist werde ich nennen tomo macht youtube tomo fängt an jetzt richtig gas zu geben mit youtube und hat natürlich so die ein oder anderen fragen die vielleicht auch der ein oder andere anfänger auf youtube auch haben könnte und da dachte ich mir ist eine interessante serie könnte man mal so ein paar inhalte zu drehen um einfach so zu zeigen welche probleme hat jemand der mit youtube anfängt und starten will gibt es ja die verschiedensten sachen ich bin jetzt bei dem tomo bei seiner werkstatt hier angekommen und ich gehe einfach mal rein tomo stellt sich mal vor und wir werden mal so besprechen was so als erstes jetzt hier für inhalte kommen weil ich denke das kann wirklich für viele interessant sein ich gehe einfach mal rein ich habe mir für eine kollege so eine so einen kleinen schlüsselanhänger gebastelt schön dass du da bist ich versuche seit jahren ein vernünftigen youtube kanal hinzukriegen für diejenigen die mir nicht kennen ich bin tomo der super handwerker von kabel eins ich bin ganz normal handwerker wie jeder andere auch große aufträge kleine aufträge die muss man machen aber wie ich youtube kanal führe da habe ich ja gar keine ahnung ich habe einen versuch gestartet ich will ja nicht behaupten dass es in der hose gegangen ist aber zuwachs für den kanal ist nicht da wann nehme ich ein stativ wenn nämlich kein selfie stick wo soll das licht sein solche geschichten da wir gar keine ahnung von dafür habe ich daniel ins haus geholt ja ich habe einfach mal so ein paar punkte von deiner sprachnachricht daraus geschrieben was so die ersten probleme sind oder wo du gerne anregungen haben möchtest einmal hast du ja zum beispiel gesagt kameraführung das genau ich habe immer so so eine typische action kamera gekauft und da ist es immer so wenn ich das auf dem stealthysik habe ich habe zwar monate vorne dran aber ich weiß nicht wie es einstellen soll vernünftig dass ich das sehe was ich auch filme und meistens ist das so der ich sehe dass ich in der mitte bin ich denke das ist ja gut so und dann läuft ich irgendwo durch die gegend und dann blendet die sonne rein und dann siehst du mich nicht oder merkt schnell dass es schon wichtig ist dass man sieht wie die aktuelle aufnahme gerade wirklich geframt ist sag ich mal das muss ich schon wissen dass ich wenn ich ein stativ habe dann kann ich sagen ach so das ist das bild was ich habe dann weiß ich aha bisher kann ich geben bis ich aus dem bild bin und bisher kann ich geben das habe ich so soweit verstanden aber da brauche ich tipps zu wie kriege ich das am besten eingestellt muss ich den schnitt vom bild größe machen dass ich mehr frei hatten habe dann bist du eben halt nein gibt es überall so tipps und tricks das ist denke ich mal ein guter punkt und da lehnt sich ja dann darauf an das thema hast du auch gesagt stative oder selfie stick oder freihand geführt da gibt es ja auch ganz viele sachen zu sagen ob man jetzt stilistisch irgendwas einsetzt oder ob man irgendwas einsetzt weil es nicht anders geht wenn ich beide hände sage ich mal benutzen muss dann kann ich schlecht selber noch was halten dadurch ergibt sich ja auch wieder was anderes und es ist ja auch immer interessant wenn man variationen reinbringt in seinen schnitt wenn man nicht immer nur dieselbe einstellung hat sondern auch mal variieren kann also muss ich nicht nur einmal lernen sondern zehn verschiedene mal lernen und dann variieren muss halt nur verstehen dass man verschiedene sachen machen kann und auch wissen wann mache ich es denn weil zum beispiel jetzt unsere unterhaltung jetzt hier wenn das jetzt 20 minuten so gehen würde und immer nur in dieser kamera einstellungen es wäre sehr monoton sehr langweilig und es gibt dann auch noch so weitere kniffe wie zum beispiel wenn man in einer höheren auflösung aufnimmt so wie jetzt dann könnte ich auch in der postproduktion noch mal ein bisschen reinschneiden und könnte obwohl ich nur eine aufnahme habe den kroppen das habe ich gelernt zum beispiel genau du bist ja da nicht ganz neu das sind alles so sachen was es zu dem thema gibt dann hast du ja auch was gesagt zu kamera einstellungen das ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich je nachdem mit was für einer kamera man findet also mit so einer action cam oder mit einer spiegellosen kamera je nachdem und wann benutzt man denn welche modi alle haben so ihre vor- und nachteile und also ich habe mit meiner kamera festgestellt dass irgendjemand kameramann von mir hat gesagt ja alles in vk und aber wenn ich die hochlade das sind datenmengen ist auch wieder so ein thema auch man das muss ich das ja das sind ja alles fragen deswegen habe ich ja auch diese serie so interessant gefunden dass mit dem tomo hier überhaupt zu starten weil ich mir denke dass ja viele diese fragen oder jeder hat ja die fragen der das anfängt er sieht nicht nur gut aus er kann auch was danke aber das ist ja wirklich bei mir ging das ja genauso ich habe youtube damals auch als experiment gestartet so wie du das ja auch sagst und bei mir war das halt so ich habe da im werbebereich halt kunden gehabt und die machen auch was mit video mit youtube und die haben dann mal erzählt ja die und die agentur hat mir gesagt man muss das und das machen und ich habe dann relativ schnell gemerkt dass diese ganzen agenturen alle erzählen die ich gesehen habe aber die machen selber gar kein youtube und ich dachte mir wie sollen die denn aus erfahrung berichten wenn die das selber gar nicht machen und da dachte ich mir ich muss das selber mal anfangen einfach genau das ist halt der punkt darum habe ich das auch mal als experiment angefangen und hat ja selber auch genau diese fragen nur man vergisst das dann ja irgendwann weil vieles wird dann im laufe der zeit für einen selbstverständlich automatisch und ich vergesse dann auch was haben denn überhaupt andere leute für fragen weil man das halt so vergisst ne ja deswegen ist es schön dass du da bist du da bist du gibst die ideen immer und dann ja man kann was zusammen machen das ist super ja ja das ist so also und so wird es bei dir wieder in erinnerung gerufen genau ich lerne hoffentlich was dazu dann kann ich meine subscriberzahl ein bisschen genau das wollen wir alle da hast du noch als punkt auch gesagt der aufbau eines videos also wahrscheinlich meinst du damit die struktur an sich wie du das aufbaust vom ablauf genau ich habe immer das problem ich nehme mir meine kamera ich mache mal ein clip und diesen clip gucke ich mir an ja es ist okay so nein es ist nicht okay so löschen clip noch mal neu drehen und beim schneiden hole ich die ganzen clips in der reihenfolge diese sind ziehe ich die in mein schnittprogramm schneide die fertig so das macht aber kein anderer das kenne ich vom filmdreh ich für kabel eins mache ich auch nicht täglich aber monatlich oder wöchentlich filme und dementsprechend da die sind da in kamera und da in kamera und da in kamera und dann hat er von von der schulter und ich hänge kameras überall auf diese material muss gesichtet werden es muss in eine sinnvolle reihenfolge gebracht werden wie kann ich die gegenshots und die normalen shots die sind denn später völlig durcheinander auf den rechner da bin ich raus das ist auch so ein punkt wo man dann erst hinter kommen muss dass derjenige der aufnimmt das ist oft auch sinn macht dass derjenige dann auch schneidet weil er das material nicht so intensiv sichten muss wie jemand der das material noch gar nicht kennt das ist auch so ein punkt aber da kommt man ja stück für stück erst das ist alles neu zum beispiel für mich war früher auch ungewohnt ich meine ich habe es mir gedacht aber es war für mich ungewohnt dass wenn man jetzt ein video herstellt dass man vom ablauf her viele sachen ja mehrfach macht also mehrfach irgendwo rein geht sich hinsetzt weil man ja mehrere shots und vielleicht nicht fünf kameras gleichzeitig hat aber das muss auch erst mal im kopf wenn man das noch nie gemacht hat also das habe ich raus weil wir sitzen da machen und dann machen die generell nach jedem clip machen die schnittbilder also die kleinen schnittbilder kleine handbewegungen das weiß ich und das mache ich auch aber dann tue ich die direkt hinter dann weiß ich wo die sind weil ich jetzt auch schneide wenn jemand anders schneiden würde die wird sich doofen demnächst genau da muss man erst so ein bisschen sich zusammen kennenlernen dann sagt natürlich auch ein wichtiger punkt ganz klar pc hardware und darauf auch die software ist ja auch ein riesenthema für sich es gibt ja auf youtube kanäle die berichten ja nur über eine bestimmte videoschnitt software oder nur über computer welche da sind da besser für videoschnitt und so also denke da haben wir auch viele inhalte dann genau da habe ich mich auch klar ausgebildet in anführungsstrichen ich habe die verschiedenen programme durchgeguckt die verschiedene schnittprogramme da habe ich eine gefunden die für mich okay ist die die ich ursprünglich haben wollte ich habe nicht ein rechner der damit läuft also davinci ich will es nicht schlecht man ist ein top programm sicherlich aber es läuft nicht auf keine von meinen pcs und dementsprechend muss ich irgendwann mal raus und an pc dafür kaufen welche denn so der it experte bin ich nun auch nicht ich habe so gott sei dank ich habe einen kollege der it experte ist und er wird mir einen zusammenstellen kurz oder lang irgendwann wenn ich dazu komme wenn ich geld habe und so genau wirklich was braucht man da und was ist da sag ich mal welches geld ist vielleicht falsch ausgegeben weil man denkt das brauche ich dabei braucht man es gar nicht aber das ist auch ein super unterthema dann auch die geschichte mit titel vom video also der videotitel und auch die thumbnails die vorschaubilder zum beispiel auch auf youtube ein riesenthema ich habe ich habe auch bei youtube so ein paar thumbnail videos geguckt und das ist ein physik für sich das ist ich habe immer beim hochladen mein video bei youtube da gibt es ein häkchen die man machen muss thumbnail wo geht die thumbnail jetzt auf kurzen distanz nein das muss man vorher drüber kopf machen und diese thumbnail erst mal herstellen so dass beim hochladen dieses thumbnail reingefugt werden kann oder hochgeladen werden kann und das sind sachen soweit bin ich noch nicht auch dieses unter thema das habe ich jetzt als letztes für heute notiert die nische also weil du ja auch sagt dass auf deinem kanal machst du was zu diesen handwerksthemen aber auch weil du ja leidenschaftlicher motorrad fährst dazu was ja auch in ordnung ist und da muss man halt wieder abwägen gehe ich jetzt mehr auf das thema oder das thema natürlich gibt es auch zuschauer die die beide themen mögen für die ist das dann auch wieder okay andere interessiert das eine mehr das andere weniger und lange zeit hat man ja so auf youtube gesagt ja geh ganz spitz in irgendeine nische rein macht dann nur diese holz themen oder so aber das hat sich jetzt glaube ich ein bisschen gewandelt man kann ruhig andere sachen auch mit reinmischen denke ich sofern man das irgendwie sinnvoll miteinander kombiniert ich sage mal wenn du das motorrad thema ein bisschen integriert mit in das andere weil du zum beispiel es gibt ja manche kennen das jetzt hier casey neistat so ein ganz bekannter youtuber du würdest jetzt mit dem motorrad zur arbeit fahren und wenn du hier dann video drehst zeigst du noch eine minute zwei minuten was zum motorrad und quatsch da kurz rüber und gehst dann zu dem holz projekt dann ist das vielleicht für welche die motorrad nicht so spannend finden gar nicht so störend aber man kriegt es trotzdem als thema damit rein aber es ist halt nicht so ein kompletter bruch einmal halt so eine motorrad ausfahrt und dann was aus holz bauen was ja für sich nichts miteinander erst mal zu tun hat aber so könntest es mehr miteinander verknüpfen oder du baust ein carport für das motorrad sage ich jetzt mal blöd gesagt genau da kann man ja auch mal verknüpfen ich habe ich habe euch damals gefragt als ich meinen ersten experiment video gedreht habe bis ungefähr neun zehn monate her jetzt habe gefragt was wollt ihr denn sehen wollt ihr ich als handwerker wollt ihr mich als motorrad fahrer sehen wollt ihr ein bisschen von meinem leben wolltest ein bisschen gemischtes und ich habe antworten gekriegt schlicht und einfach aber es ist ein unterschied ob man von 600 oder damals 500 subscriber oder leute die du kennst überwiegend sind das leute die ich kenne die haben gesagt ja nur von dir generell ist es auch egal worum und das ist okay aber das ist nicht für die breite spektrum denke ich mir mal das wichtige weg vielleicht nicht am anfang da muss man ja auch wieder und das später sagen die denn weil ich habe das mal so mitbekommen ich probiere da halt auch viel aus ich bin ja bei weitem nicht allwissend überhaupt nicht da habe ich so mitbekommen dass man sagt am anfang auch so was wie vlogs das ist ja heute wissen sind nur die frauen auch keine widerworte aber ich habe damit bekommen am anfang mehr so diese themen was schon irgendwo auf eine nische eingeht oder was irgendein problem behebt vom thema weil die leute deswegen wiederkommen und später fangen sie wohl an sich auch für die person durchaus zu interessieren und das merkt man ja bei großen kanälen dass die irgendwann auch vom thema richtig abweichen und trotzdem immer mehr subscriber aufbauen und so weil die leute dann einfach mehr an die person sind ich meine wenn man jetzt im fernsehen irgendwelche daily soaps oder so guckt ich meine ich gucke das nicht aber da ist ja auch immer ein anderes thema ja sicher das sind das sind leute die haben eher ein zuschauerpublikum und diese leute sind eben halt bekannt und unser eine ist nur bekannt wenn man sagt okay das ist was für mich oder nicht man muss ja erst mal irgendwie magneten haben wo die leute überhaupt einen sehen und deswegen liebe leute ist ich bin ja völlig gespannt wie diesen format jetzt wird das war jetzt nur ein kurzes intro aber nur jetzt über diese kleine konversation ist so viel information sei gespannt guck mal rein er wird mich denke ich mal verlinken ich würde auch ihm ich habe ihm schon als describe also das schon ich denke wir mal wir können alle was lernen